Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir ein neues Handy gekauft, Samsung S23. Und ich probiere heute mal mit dem Handy einen Vlog zu machen. Ich bin richtig gespannt, ob die Kamera gut ist oder nicht. Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch mal, was ich so den ganzen Tag mache. Auf jeden Fall fahre ich jetzt gerade im Fitnessstudio, werde jetzt ein bisschen was für meinen Körper tun. Ich muss sagen Leute, bis jetzt macht die Kamera wirklich einen super Eindruck. So von der Aufnahmequalität mal sehen, wie es nachher wird. Ich bin richtig gespannt und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die Torenqualität ist. Ich bin richtig gespannt, wie die Torenqualität ist. Ich bin richtig gespannt, wie die Torenqualität ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Ich muss sagen, wir haben heute ein echt schönes Wetter. Es ist zwar kalt, aber sobald die Sonne scheint, Leute, passt alles. So, ich mache mir jetzt mal einen geilen Eiweißshake. Nach dem Training ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, Eiweiß zu sich zu nehmen. So, ich mache mir jetzt mal einen passenden Halbes. Für unterwegs ist der sehr, sehr gut. Und drückt hier gerade auf den Knopf. So, dann könnt ihr auch schon von hier aus trinken. Zum Wohl, Leute. Ich fahre jetzt gerade zu meinem Sohn. Der ist im Kindergarten und ich hole ihn gleich ab. Danach gehen wir nach Hause und essen was. Nach dem Fitnessstudio braucht man ja wieder Kraft, Leute. Deswegen nachher geht es nach Hause und schön Nudeln essen. Viel Kohlenhydrate. Das werde ich jetzt gleich essen. Wow. Super. Wie gefällt dir so die Qualität von der Kamera? Ich bin gespannt, wie die Tonqualität ist. So, fertig vom Einkaufen vom DM. Jetzt geht es zum Aldi. Von einem Geschäft zum anderen Leute. Mutter Joelle, nein. Nein, Joelle. Hopp. Komm, wieder in Piano, Joelle. Komm, wie süß der ist, der weiße. Hä? Nur noch du willst da drin. Als Fisch. Oder? Ich bin auch ein süßer Fisch. Nein. Doch. Gar nicht. Wenn ich ein Fisch wäre, wäre ich auch ein süßer Fisch. Die ist unecht. Die Quale. Das ist nur als Deko. Ich sag doch nichts. Nee, weil du so geguckt hast. Ja, ja, ja. Ich bin fast. Du hast eine Beischen. Du hast eine Beischen. Wir waren jetzt schon bei den ganzen Läden hier. Aldi, DM, Rombach, fehlt nur noch Ding Pennymarkt. Was fehlt noch, Lidl? Und dann? Da fehlt. Ich habe keine Ahnung, was fehlt noch. Hauflagen, was gibt es noch? Ich überlege gerade, ob ich so ein Aquarium kaufe für dich. Guck mal, hier willst du reinpassen. Und du auch. Hier. Warum ich? Jetzt gibt es Abendessen, oder? Ja, für dich, aber. Warum für mich? Ich habe keinen Hunger, ich esse nicht. Besser gesagt, ich habe heute viel zu viel gemischt. So Süßigkeiten und so. Wenn man das halt alles isst, dann hat man keinen Hunger mehr. Kennst du das? Nein, ich habe immer Hunger. Kennst du das? Nein, das geht nicht. Mein Sohn isst schon am Essen. Die Straßenbahn darf man nicht vergessen. Straßenbahn? Ja, das ist eine Straßenbahn. Das ist ein Zug. Das ist kein Zug. Das ist kein Zug. Egal, was es ist. Ja. Bahn. Leute, was ist es? Ist es ein Zug oder eine Straßenbahn? Ich bin echt gespannt, wie die Tonqualität wird und wie die Aufnahmen sind. Denkst du, die kommen gut? Ja. Ja? Ich denke auch, die kommen gut, weil... Nicht tut das Prozent gut, wie vielleicht eine... Eine Kamera? Ja, aber... Bis jetzt macht es wirklich einen guten Eindruck, die Kamera. Auf jeden Fall, das ist ja das S23. Mein Essen ist übrigens fertig. Jetzt geht's zu flachen. Jetzt gibt's Essen, Leute. Und wir sehen uns nachher nochmal. Jo Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Von 1 bis 10, wie ihr das Video so fandet. Also die Aufnahmequalität und die Tonqualität. Ob sie gut ist. Soll ich noch weitere solche Videos aufnehmen mit dem Handy oder nicht? Schreibt es unten rein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.